Die Axt ist leider abgeprallt. Prinzessin, euer Bruder, ist heute leider nicht in Form. War ja gestern lange auch noch. Ja, das habe ich schon bemerkt, aber wir haben einen Lieferservice. Oh, das ist gut. Danke. Nimm doch mal die Hände weg. Herr von Gott bloß! Was habt ihr denn davor? Na, ins Gemächt schleudern! Aber doch nicht bei einem von Volk! Ja, der hat ein total großes, das treff ich! Das mag schon sein, aber die Sauerei, der macht die dann wieder weg. Weil der hat doch ne Frau, oder? Ja, der hat ne Frau! Ja, die wollen die Arme und die Gute nicht damit belasten. Nehmt einfach die Scheibe, das ist ganz sauber, da gibt es gar keine Sorte. So, ne. Doch wo hat er geschlossen? In Spanien. Ja, denn heutz jagt einen Sorte.... Ja, gegen Tom.. Ich pronuncel! Das war unser characters. Ein � Es wird nicht gewonnen gewe trás, es wird kein Spanien gab. Vielen Dank.